servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal blizzard hat gestern oder vorgestern schon die patch notes gedroppt für patch 10.2.5 wir haben uns schon mehrmals angeguckt was die features in diesem patch sind wollen aber noch mal gemeinsam in die patch notes reingucken ob wir irgendwas vergessen haben und das quasi noch mal als letzte vorbereitung damit ihr sehen könnt was kommt alles auf euch zu es ist alles in allem kein riesiger patch klassentuning weil ich da öfters nach gefragt wurde gibt es so gut wie gar nicht also da hatten wir heute morgen schon ein video zu gemacht es sind wirklich minimalste anpassungen hauptsächlich werden gefühlt fähigkeiten umbenannt aber mehr ist eigentlich nicht dabei dann seht ihr hier es gibt eine neue zone belameth das ist in amir drassil jetzt drin also der hat sich auf den drachen inseln manifestiert dort finden nachtelfen eine neue siedlung die archive von azeroth ein neues spielerisches feature wo ihr allerdings rein cosmetics holen könnt also es ist letzten endes wieder ein open world event im azur blauen gebirge ihr reist dahin schließt aufgaben ab bekommt dann am ende eine währung und dafür könnt ihr euch dann sachen kaufen steht auch noch mal drin verdient euch dabei kosmetische belohnung wie kampfhaustiere reittiere und ein transmogrification set also ich habe alles durchforstet aber so wie es aussieht gier wird es darüber nicht geben die rückeroberung von gilneas wird eine neue quest line werden wo ihr ja eben genau das tut gilneas zurückerobern allianz spieler scheinen das in sturmen starten zu können vor hordespieler scheint die questline auch zur verfügung zu stehen kalia menethil im silberwald da können wir dann den ganzen bumms starten also scheint ein inhalt für alle zu sein weil da war ich mir vorher auch nicht so sicher anhänger dungeons spielt mit npcs die acht normalen dungeons von dragonflight loot da drin schließt quests ab und so weiter und so fort und lernt ganz in ruhe die dungeons kennen neue charakter anpassung für trolle gibt es neue haarfarben für draenei hau neue hautfarbe hauptsächlich gibt es für warlocks neue anpassungsmöglichkeiten für eure pets also da könnt ihr die verschiedenen dudes optisch ein bisschen anpassen so wie ihr ja bock drauf habt weltweites drachenreiten verfügbar heißt ihr könnt überall wo normales fliegen verfügbar ist das drachenreiten benutzen und wenn ihr dann noch mal in die tiefe rein schnüffeln wollt gibt es jetzt auch die offiziellen patch notes und wenn wir da noch mal sehen da ist eigentlich schon alles drin also belameth drachenreiten archiv von azeroth rücker eroberung von gilneas anhänger dann sind der scherbenwelt pokal das event haben wir uns ja auch schon mal angeguckt was da auf uns zukommt insgesamt sind es 13 neue drachenreit rennen in der scherbenwelt inklusive neuem transmog wappenrock und erfolgen neue charakter anpassungen hatten wir erfolge das bezieht sich hauptsächlich auf diese ganze geschichte die wir dann da haben a gibt es die neuen drachenreit rennen erfolge plus ihr bekommt ab mittwoch wenn ihr die handelsposten jahresbelohnung abgeschlossen habt also handelsposten fan zwei neue transmog sets also einmal das sonnenset einmal das mond set da könnt ihr euch dann entscheiden welches euch lieber ist und ihr müsst nicht mehr mit einem farbwechsel set leben hier seht ihr die verschiedenen anpassungen an den klassen aber das ist halt wirklich sehr 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 wenig gegenstände das ist tatsächlich neu belebungskatalysator ihr bekommt jetzt wöchentlich eine aufladung das ist zum beispiel bei mir bislang untergegangen ist eine ganz nette geschichte also da müsst ihr jetzt auch nicht mehr so krass auf eure aufladung achten das pvp gibt es noch änderungen am schamane verstärker und am fuhrkrieger und ansonsten gibt es noch ein paar anpassungen am interface das können wir uns dann auch noch mal in einem extra video anschauen weil ganz ehrlich wenn ich das jetzt so nicht ausprobieren kann und aktuell fehlt mir die zeit für den ptr dann ist das relativ schwierig aber gut das ist alles in wirklich xxl schnell durch lauf noch mal was euch erwartet im neuen patch schreibt gerne mal in die kommentare was euch am besten gefällt und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten video ab und 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 bis zum nächsten